Es ist Montag, willkommen zu einem neuen Vlog. Und zwar, ja, ich habe Ferien, deswegen freue ich mich. Es ist Montag, willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Montag, willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Dienstag und ich muss mich ein wenig beeilen, weil ich würde gerne noch ein bisschen aufräumen, bevor ich zur Physiotherapie muss. Ja, jetzt habe ich so meinen Kleiderschrank umgeordnet und seitdem, muss ich schon sagen, also ich halte meine Ordnung. Also es war zwar vorgestern, aber es macht irgendwie voll Spaß, keine Ahnung. Ich bin gerade dabei, mein Zimmer aufzuräumen, weil meine Cousine morgen kommt aus Polen. Und das ist so obviously, aber ich habe es letztens so festgestellt, so nach dem Motto so, oh mein Gott, Science und so. Also, wir können ja bestimmte Frequenzen nicht wahrnehmen, weil sie einfach zu hoch sind. Ich zeige es euch selbst, also. So hört ihr diese, so auch. Und hört euch jetzt das mal an. Und jetzt hört ihr sie gar nicht mehr, weil die Frequenz so hoch ist, krass, ne? Hallo Leute, es ist mittlerweile Mittwoch, 3 Uhr morgens. Und ich werde mich gleich ins Bett legen. Der Sommer, also sagen, ich kann nicht einpacken, denn ich finde dieses Geschenk ist ziemlich gut eingepackt und die Lösung an der Seite, ja. Aber ich bin halt ein schlaues Kerlchen. Morgen, es ist mittlerweile Donnerstag. Jetzt vor 8 Uhr, auf jeden Fall fahren wir gleich los, meine Mama abholen. Also bald. Ich glaube, ich lege mich nochmal kurz schlafen, weil sie meinte, sie ruft mich an, wenn wir losfahren sollten. Also kurz bevor wir losfahren sollen. Und ich bin soweit so gut fertig. Auf jeden Fall. Ich habe heute mal Kaffee durch eiskalte, zur Hälfte zugefrorene Cola ersetzt. Funktioniert genau so gut. Funktioniert genau so gut. Ich habe heute mal Kaffee durch. Ja, ich bin so gut. Ich habe heute mal Kaffee durchschnittlich. Musik 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 Ah Musik Und nach 5 Minuten geht's von mir. Und mein Knie tut sowas von weh, aber ich war eigentlich trotzdem sehr nett gekommen. Ja, was ich sagen wollte, war halt wegen gestern. Und zwar sind jetzt heute, wenn die Aufnahme von der Straßenbahn, wie ich gerade gesehen hab, der sich einfach um 3.54 Uhr also befindet, weil ich dann mit seinem Spazierfahrt hatte, weil ich nicht da bekomme. Ich melde mich nach lange, lange, lange Zeit. Ich bin jetzt gerade meine Cousine zu besuchen. Wir machen sehr vieles, weswegen ich ja nicht allzu viel nehme bei Filme, weil ich eher so die Familienzeit genieße. Und heute war ich bei Kaufland und hab mir jetzt Lenore gekauft in dieser Duftrichtung. Und ich hab mir das alte wieder nachgekauft. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.